Musik Mein Name ist Volker Csag. Ich bin im Helmholtz-Zentrum Geestach, Zentrum für Material- und Küstenforschung, tätig. Ich leite dort im Institut für Küstenforschung die Abteilung Logistik und Organisation. Wir sind hier jetzt an Bord des Forschungsschiffs Ludwig Prantl. Unser Forschungsschiff ist 31 Meter lang, hat nur einen Tiefgang von 1,70 Meter. Ist also ein echtes Küstenforschungsschiff. Das hat viele Vorteile. Wenn man sich überlegt, dass wir an der deutschen Nordseeküste ja wechselnde Wasserstände haben durch Elb und Flut, bedeutet das, dass wir sehr unterschiedliche Wassertiefe haben. Und wir haben viele wissenschaftliche Fragestellungen, die unmittelbar anknüpfen an die Prozesse, die mit Elb und Flut auch verbunden sind, die mit Sturmfluten verbunden sind, mit Meeresspiegelanstieg verbunden sind. Und dazu ist unser Forschungsschiff bestens ausgerüstet. Wir können Strömungsprofile bestimmen. Wir haben Hebezeuge unterschiedlicher Art an Bord. Wir können Geräte schleppen. Und, ganz, ganz wichtig, wir nutzen dieses Forschungsschiff nicht alleine, sondern im Netzwerk mit Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Beispielsweise auch dem Alfred-Wegner-Institut, Helmholtz-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Die Bedeutung dieser Forschung sieht man sehr leicht, wenn die Wassertemperatur steigt und wir haben einen hohen Nährstoffanteil, dann haben wir Algenblüten im Wasser. Das heißt, wir haben in kurzer Zeit, ist das Wasser nicht mehr durchsichtig, sondern oft grau-grünlich verfärbt. Dann haben wir Algen im Wasser. Man kann nicht mehr baden. Der Badebetrieb wird eingestellt. Das ist für die Nordsee, aber auch für die Ostsee natürlich von hoher Relevanz. Denn wenn man an der Nordseeküste entlang fährt, wenn man die Inseln besucht, Sylt, Amrum, dann merkt man schon, dass diese Region doch mittlerweile sehr stark vom Tourismus, vom Fremdenverkehr geprägt ist. Ich bin Hans von Storch. Ich bin einer der Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geestach. Unser Forschungsgegenstand ist die Küste und die besteht zur Hälfte ja aus Wasser und zur anderen Hälfte aus Land. Also insofern müssen wir uns auf dem Wasser bewegen können, müssen Messungen vornehmen können, Geräte testen können und dererlei Dinge. Deshalb haben wir dieses Schiff. Mein Name ist Ina Frings. Ich arbeite im Helmholtz-Zentrum Geestach im Institut für Küstenforschung in der Abteilung Institutslogistik und Organisation. Und wir kümmern uns unter anderem darum, dass diese Tour-Forschung vor Anke einmal im Jahr stattfinden kann. Wir sind normalerweise an Nord- oder Ostseeküste unterwegs. In diesem Jahr sind wir mal auf der Elbe unterwegs und haben dort einige Stationen. Wir haben angefangen in Geestach-Tesperhude, waren dann in Stade, zwei Tage in Balje im Mertureum, einen Tag in Glückstadt und sind jetzt gerade auf dem Weg nach Hamburg, wo wir nochmal zwei Tage Forschung vor Anker und die Veranstaltung mit Open Ship anbieten. Es ist ein bunt gemischtes Publikum. Kinder finden natürlich vor allen Dingen das Schiff interessant und befragen den Käpt'n dann zu allen möglichen Dingen. Aber es sind auch viele fachinteressierte Besucher. Das haben wir gestern gerade in Glückstadt gemerkt, wo wir eben sehr detaillierte Fragen gestellt bekommen haben, die sich wirklich auf die Dinge interessieren, was in der Forschung gemacht wird. Das ist ein buntes Publikum. Das ist ein buntes Publikum. Das ist ein buntes Publikum.